So, jetzt haben wir einen Cut gesetzt. So, Hotte, hallo Leute, ich bin immer noch Dead Rising. Was hast du dir denn angezogen? Was jetzt auf Armee-Typ? Ja, ähm, Hamlok. Ja. Ja, so. Ich will, wenn wir Klamotten anziehen, ich hab doch hier... Zieh mal das an. Oh, Fachnetz-Pferde. Und die Nerd-Polle. So, jetzt. Ach du Scheiße. Was machst du hier in Dead Rising? Beste Waffe... Wie gesagt, ich finde bis jetzt eigentlich die goldene Pistole relativ nice, weil die macht relativ viel Schaden. Und hat gut Muni, die Ozzis sind recht gut. Natürlich sind vom Schaden her so Raketenwerfer und sowas. Wie gesagt, die haben sogar noch mehr Muni als die Pistolen. Aber dafür schießen die halt noch mehr, ne? Okay. So, jetzt. Wie gesagt, die Ozzis und die goldene Waffe. Wie gesagt, bevor ich keine Waffe hatte, bin ich ganz damit mit den Ozzis rumgelaufen. Was ist denn da so ein Propangas drin? Na, ich spring einfach mal hier runter. Ist das vielleicht irgendwo ein Auto? Ich frage mich gar nicht mal an Propangas. Kann ich denn das... Weil es hat hier Kills gemacht. Ja, den habe ich hingeschmissen, aber der ist nicht mehr da. Und mit das explodiert habe ich nicht mitbekommen. Nee, der ist nicht mehr. Wo? Von der Mo? Hm. Ja, ja, ich habe so viele Fans. Ja, ja. Ist das der Granatwerfer? Der friert hier ein! Echt? Ja, da friert die ein! Wie du siehst, die bewegen sich nicht mehr. Oder ganz langsam. LOL Putsch Wann schießt du hier jetzt rum? Boah, hast du geist ausgepüpt. Ah, das ist... Naja, man kann die kaputten Autos teilweise denen da fällt dann immer was raus. Kann alle mögliche Scheiß drin sein. Ja, das hab ich auch als letztes rausgefunden. Ich kann nicht, ob das so weh war. Na gut, machen wir uns erstmal auf den Weg. Machen wir jetzt wieder die Hop-Mission weiter? Ja, machen wir jetzt erstmal die Hop-Mission weiter. Hälte ich wieder, wo komm ich denn hier lang? Oh, da muss ich schlank. Dein Leben sieht auch wieder gut aus. Ja. Schau doch mal, was du da machst. Ah, so. Ach, Mann. Ach, den kann ich auch nicht killen. Der da auf der Droffel sitzt. Naja, passt schon. Ja, die Droh. So. Ach doch, du schürbst mich runter! Sorry. Was? Auf mich schlagen, hab ich gesehen. Das war Notwehr. Ah, hier sind wieder Soldaten. Alter! Hinter mir sind auch noch ein paar. Ja. Ah, Sturmgewehr. Ja, die Zombies hier, Soldaten, lassen mal Sturmgewehr fallen. Ist relativ nice. 80 Meter noch in die Richtung. Ja, ich glaube ich auch. Oder 2000 waren es. Ein Überlebender in der Nähe. Wo denn? Äh, da. Ja. Lasst mich los. Und gab's noch Ungeschuft? Nee. Ja, dann gab's bei 2000. Ja, bei 2000 gab's. Ja, bei 2000 gab's. So. Ja, holen wir mal ein Auto. Ja, holen wir mal ein Auto, ich rette mal eben den Typen hier. Okay. Ach, Alter. Ja, ich hab jetzt mal ein Laserschwert dabei. Kann ich einfach durch die Menge schnetzeln. Ja, mein Laserschwert gefällt mir kaputt, irgendwie. Ja, ich glaub, das muss doch ein bisschen skillen. Obwohl, ich hab auch nicht so viel geskillt, meine ich. Ja, glaub ich auch. Bestimmt, ich kann in meinem nächsten, äh... ZVK-Doctor, aber auch. Ja. Oh, dick Muni. Ja, dick Erfahrung bekommen soll. Schau mal eben. Spieler. Ja. Ich glaub, als nächstes Marsch-Nahkampf. Ja, genau. Als erstes, was du spielst bei Nahkampf ist die Haltbarkeit. Wo bist du denn? Vielleicht hab ich grad zu Mega-OK-Wagen gekauft. Also nicht gekauft, aber... Nimm mich mit! Hör auf mich umzufahren und nimm mich mit! Stopp! Äh, okay, jetzt hab ich schon nen Hänger. Okay, jetzt bin ich drin, anscheinend. Ja, ich bin drin. Kurz mich, äh... Ja, was mir glaub'n auffällt, wir fahren grad von unserem Punkt weg. Das ist doch Raketenwerfer drauf, ey. Aber das macht nur wieder nur Gefrierschaden, ne? Ich glaub, wir müssen... Wohin denn? Steig mal, wir steigen aus. Rechts, zieh lang. Na, von mir folgen. Lauf mir hier lang. So... Ach Mensch... Natürlich ist die Gasse jetzt voller Zombies, ja. Boah, Junge, lasst mich los! Ja, sag' ich ja. Und ich bin da schon mal gut mit, äh... Dings ums rumgelaufen mit dem Laserschwert. Dann sollst du schnell was essen. Oh, das macht den, äh... Bauplan. Ja. Footballbombe. Ja. Footballbombe. Footballbombe. Ja. Footballbombe. Das Ding ist ja mal... Okay. Echt jetzt? Ja, das Ding geht auch mal ab. Ja. Ja. Wie bei her, ist gelostet. Kann man hier hoch? Ja. Ja. Ja mal laut. Hier ist Futter. Du brauchst auch Leben. Ah, hier ist Essen. Ich bin tot. Kannst du dich wiederbeleben? Ja. Suche Essen, äh... Ich glaub ihr geht drückt halten oder so. Also, ich musste Essen ausrüsten und die Watte geben. Okay. Ach so, dann aufgelassen. Ja, wie gesagt, wenn du hier in den blauen Ding sprichst, das Essen. Hier, wo ich stehe. Okay, jetzt gleich schon wieder drauf, seh ich, eh. Ah, hier ist noch eine, äh... Verbotene... Verbotene Frucht oder so. Verbotene Frucht. Ich... Kannst gerade den ganzen Boden voll. Ach so, wir müssen hier die Holzkiste kaputt machen. Okay. Was auch erledigt. So, wo müssen wir jetzt hin? Wieder zurück zum Flug. Ah, die Ganatenfischern ist also eine Bombe. Hier ist immer ein Haus, da können wir mal hin hoch. Jetzt hab ich auch schon gesaved. Okay. Na ja. Hier können wir uns neu ausrüsten. Hier können wir uns neu ausrüsten. Hier sieht's denn bei mir aus, äh... Da teile ich mal sich weg. Scheiße. Obwohl ich mich eigentlich nicht mehr ausrüsten müsste. Äh... Hauptsache, die fliegen ab und zu mir vom Dach. Ja, ich aber schon. Was ist das denn? Moderna-Nahkampf. Moderna-Nahkampf wird hier nur auf... bloßen Händen, aha. Er hört die Haltbarkeit von Waffen. Ah, hier diese Busch. Ja. Naja, die... Das hab ich gefunden. Schon gehabt die beiden davor. Okay. Ich hab erstmal die Haltbarkeit der Waffen erhöht. Hatte ich jetzt eher brauch als Lebensmittel. Ich hab nämlich nichts mehr zu füttern. Was dann? Untersuchen. Ich hab jetzt einfach bei den... Experten-Dinger da... Äh... Waffenexperte ausgewählt. Dadurch wird die Haltbarkeit erhöht. Kann man das denn machen nochmal? Waffenpläne... Na egal. Tragisch ist eine gefunden. Ja, das gibt mir mal V. Ja, das ist locker hier draußen. Jetzt findest du einfach irgendeine Leiche und die... ...versuchst du dann anscheinend. Äh, wo sind wir? Wir sind da. Ja, wenn wir in die Richtung laufen, kommen wir da an dem... ...dingsauern zur Laden vorbei. So, kann man auch runterfallen? Okay. Hey, wo bist du? Ich bin einfach runtergefallen. Oh, dann können wir uns hier ein Auto holen. Wie soll das aus? Was hättest du... ...wärst du... ...dach hoch? Ja, ich wollte auch eigentlich da drüber hoch springen, weil dann bin ich an der Kante hängen geblieben, anscheinend. So... ...und dann... ...nehmen wir uns wieder... ...den hier. Kannst du ja auch einen holen. Was heißt denn für ein Auto? Das ist das Kombi-Auto, was am Anfang... ...seinst du, was ich bei Kombis drin hab. Das kriegst du aber bei der Anfangsmission. Hm. ...und dann kombiniert halt so wie das Motorrad da. Kannst du noch machen. Kannst du mir da hinterher. Ja, aber ich bin einfach hier das Auto. Amadello. Hm. Ja, mit dem wie gesagt, kannst du richtig gut die Zombies wegholzen. Wo bist du? Will ich sehen. Ja, ich warte hier. Ich will da... Ja, klar kann ich nicht überhitzen. Ach, ach, ich sehe das Ding. Okay. Ja, so eine Art Schrottflinte hab ich. Guter Streu-Radius, sonst... Hat der Ding halt nur einen Raketenwerfer? Das wusste ich gar nicht. Da sieht das, Alter, so Schrottwind-Munitionen, also Spreng-Munitionen... Ja, du hast grad meinen Wagen geschrottet, da hab ich's mir aufgefallen. Oh, ich hab mich drauf geschossen. Ja, du hast drauf geschossen. Nimm mich mit! Bleib stehen! Hast du noch die Jahre anstecken? Ja, da kann ich nicht einsteigen, da... Ah, da hockst du bei mir mittendrin. Interessant. Oh, ja. Wir müssen weiter geradeaus. Was? Du siehst einen goldenen Punkt? Genau. Ah, Mr. Astoroselech! Okay. Ah, ist einer in der Nähe, warte. Den nehmen wir noch mit. Es gibt immer so schöne Erfahrungen. Ja, ich rette eben hier die Person. Gut, er erledigt. Ich hab zuhause, bei dir steht ein Zombie oben auf dem Dach. Hätte so runtergefallen. Okay, wir können los. Du kannst einfach durch dieses Feuerwerksgebäude da vorne Feuerwerke laden da. Okay. Was war das? Oh lol, wie du hier mal rumglitschen bist. Ja, keine Ahnung. Krass, das ist die Sache. So jetzt. Oh. Oh Gott, es geht ab. Du bist gerade von mir rumglitschen. Alter Schwede. Das ist mir jetzt gerade zu kriminell. Ich steig aus. So. Was geschafft! Ich meine zum... Mit dem gar nicht. Mit dem gar nicht. Juts. So, es sind schon wieder 15 Minuten rum. Wir machen wieder einen Cut. Und sehen uns gleich wieder.